moin herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom last epoch let's play mit einem base den ich jetzt ja vier tage ungefähr langsam weil ich ja wenig zeit habe hochgelevelt habe wo ein bisschen brachialer schneller spannender durch die ersten monolithen bis eigentlich ja zu den empowered monolithen schon durchrasen kann er hat man manchmal noch ein paar viele szenen wo er schaden kassiert viel aber er geht wenigstens monster ein bisschen schneller jetzt eben wenn ich wenig zeit habe ist es besser so ein b zu spielen der eine von den let's play parts der marksman also scharfschütze auf deutsch der ist halt einfach ein bisschen squishy da könnte ich jederzeit sterben oder frustriert sein oder viel zu viel ziehen müssen das kann ich jetzt momentan einfach nicht wenn ich so körperlich wegen dem sport und hat viel mit beraten von servon und so auch ja im kopf ein bisschen überarbeitet bin also tut mir einfach leid dass ich jetzt gerade auch etwas wieder wechseln muss aber wir sehen wahrscheinlich diesen bild jetzt auch sehr oft da er eben auch ziemlichen schaden machen kann ihr seht was ist eigentlich der bild er gut einfach diese ranken eigentlich mit dem stampfsprung oder so wie heißt er überhaupt der sprung zorn sprung ist okay tut er die ranken beschwören aber das mit dem werber der ja diesen rampage nein das ist der mole skin genau tut ja diesen sprung natürlich mit einem einzelnen skatepunkt rücken also als würde er einen sprung machen macht er nur so einen kleinen ja aber cut wie der heißt so gut ähm außerdem tun wir die ranken noch stärken mit dem ähm schrei hier der wird einfach zu einem toten und er wird mehrmals schreien gut die gegner glaube ich einfrieren oder nicht mehr einfrieren ich weiß es nicht mehr genau sagen aber auf jeden fall einfach waffen und auch noch engangling roots das sind ja erstrikte wurzeln ähm müssen wir nachschauen ja erstrikte wurzeln das tut auch noch die äh minions waffen ziemlich gut also möglich der schaden ist stark die ranken greifen auch sehr schnell an ich habe auch den helm schon mit 15 prozent und ja ich habe hier noch die zwei unix die sehr viel schaden und freeze rate machen also er basiert ein bisschen auf ja gegner einfrieren noch das ist ziemlich gut 258 freeze decks sollte eigentlich genug lange reichen um wirklich safe dann später zu sein aber ich denke die gegner werden natürlich auch wieder ein bisschen weniger also mehr eben nun gegen freeze es kann spannend werden also irgendwas zuversichtlich ist das jetzt einfach jo charakter kackertbilds zu haben wo ich einfach weiß dass die items auch zu schwer zu holen sind die mich ein bisschen verwessen mindestens jo und ich bin ja druiden fan es motiviert mich auch sehr viel mehr was ich eigentlich noch mache ist der void den also dieser eine vom livestream gestern ist ja auch in der playlist verlinkt das vorherige video ähm der mache ich in livestreams weiter oder wenn es mir einfach besser gehört und hier während dem während den videos werde ich natürlich zwischendurch auch noch diesen einen marksman machen weil der ist momentan ein bisschen also die ganze klasse die nicht die folge klasse sondern die standard klasse ähm mit den zwei folge klassen ist einfach noch nicht ganz so gut prononiert wie die anderen klassen spielen ein bisschen zu wenige und es gibt nicht so gute beats ja bin ich froh dass ich wenigstens ein beat ein charakter von dem man ein bisschen spielen kann auch ganz gute diner ep bisschen resistenz gut jo und eben ich muss halt auch wirklich das spielen was ich einfach am besten momentan kann ich bin ein mensch der eigentlich ziemlich viel nach dem tag machen muss auch damit es euch besser geht dass ihr ja auch ein bisschen besser video schauen könnt das ist eigentlich nicht fortschickt oder ja es ist wirklich youtube wird nicht mehr so oft geschaut also die youtube video werden nicht mehr so gut geschaut es ist nicht wie früher wo die lps noch neu waren dass jeder die lps ganz geschaut haben oder so man muss als content also video creator halt schon ein bisschen schauen dass es euch gut geht aber es ist natürlich wichtig dass man sich vorbereitet dass man sich wohl fühlt während dem aufnehmen dass man ein thema hat dass man etwas zeigen kann alles mögliche sind zu faktoren die dürft ihr gerne ein bisschen in die kommentare schreiben für mich damit ich ein bisschen auch mehr sehe was ihr genau wollt dass es euch besser geht und dann auch mir besser geht und ja da ich ja keinen druck habe mit finanzen oder so kann ich da auch wirklich das machen was euch gefällt und nicht zu sachen die euch nicht gefallen weil es irgendwie Werbung ist oder wenn das spiel besser lieber die charakter besser als das spiel ist ist auch viel besser oder also was ihr in den letzten monaten an freude an last epoch gewonnen habt bei mir das ist sehr cool das muss natürlich euch nicht betreffen aber ihr alle seid gemeint und ja die die es machen sind natürlich dann auch ja diejenigen die mir natürlich noch mehr helfen aber ich habe nichts davon ich verdiene nichts ich bekomme nicht mehr Zeit im Leben über und ja ich freue mich natürlich dadurch schon noch ein bisschen mehr wenn es noch weiter geht wenn es mir noch besser geht und so aber weil es mir wirklich gut geht ich habe ja Krankheiten mir ist das Leben ziemlich schwer und es braucht vor allem sehr viel Hirnleistung und alles da habe ich natürlich schon es noch ähm ich kann es mir gar nicht so vorstellen was noch besser wird also es ist einfach diese Begrenzung und ähm ich brauche Luxus nicht weil ich eben krank bin ich bin limitiert ich brauche keinen Ferrari zu fahren weil ich ja sowieso knäflige Probleme habe ich brauche kein Megahaus ich brauche einfach keine Heizung am besten eine ruhige Platzringsoom also keine Strasse wie momentan und dann bin ich ausnahmelos glücklich aber eben ihr zeigt mir immer wieder wie man noch glücklicher sein kann dass ich noch mehr Projekte starten können die euch betreffen die andere Leistung oder so betreffen also so Gruppensachen und eben ja Freunde haben auch wieder mehr Lust mit mir zu spielen und mit mir zu reden das ist alles so ein bisschen wie besser seit ja so Anfang Dezember schon mal also da habe ich ja einige Zeit wirklich meine Nervenkrankheit gehabt und konnte nicht Videos machen und jetzt mittlerweile geht das so gut so schnell gut ja das ist wirklich toll ja schon wieder sein Weaver's will also 14 ist schon ziemlich gut so wenig ähm Monolithen aber ich möchte es selber ausprobieren können ich könnte es eigentlich ausprobieren ob jetzt irgendwie Diener Schaden drauf kommt oder so ich verzichte mal ein bisschen auf Schaden weil ich glaube auf den Handschuhen kommt öfters ein bisschen irgendwie Diener Schaden oder Einstimmung und hier auch in diesem Beet brauche ich dann auch ähm viel Leben und so ja ja die Ranken fließen zwar aber man ist das schon echt im Nahkampf das ist ja da wieder so gute Defensive die sind jetzt ein bisschen zäher okay ähm wir müssen hier ah ich wollte das nehmen mache ich im nächsten Level ja der die Wildschwein der Aspekt der Wildschwein der Scale ist natürlich im Nahkampf viel besser aber ich habe irgendwie das Gefühl die Gegner tun mich gar nicht mal so viel hinten das wird gar nicht mal so geprickt weil das prockt ja wenn die Gegner Nahkämpfe gegen uns ähm machen und das ist ja bei Fernkampf Builds und so eigentlich fast dann nie der Fall oder mehr Minions Builds wo Minions seitdem wir alles tanken aber hier in diesem Build könnte es schon manchmal etwas Gutes bringen es ist gut bringen das zu skinnen aber es gibt halt nicht so viele andere defensive Sachen mit diesen riesen primalisten Skills und so ähm gut also der Build ist sehr gut gestartet in Monolithen ich habe Mitte Akt 6 schon Monolithen gemacht und eigentlich Gegner easy gekriegt jetzt sind die Gegner bezerr geworden ähm ich brauche noch ein paar Level bis ich die Items tragen kann und dann geht es wahrscheinlich wieder los geht es wieder sehr schnell und habe erst jetzt gerade vorher während dem Reden auf Discord mit einem der Mutter ähm jo noch den Akt 7 fertig gemacht und dadurch auch Resistenzen ich hatte 0 Nekrotik Resistenzen ich hatte 0 Feuer 0 Eis Resistenzen 3 Resistenzen sehr wenig Gift ja sowieso noch also 4 und ich habe einfach alles ausgeheilen da irgendwie auch die Ranken gut friesen Rüstungsbruch mit Katana wenn ihr schon denkt im real life wie Katanas durch Fleisch schneiden Knochen und dann noch Rüstungsbruch das würde im real life wahrscheinlich heftig sein aber in diesem Spiel jo Katanas müssen stärker sein vor allem allgemein Schwert ich kenne viele Beats mit Äxten aber nicht mit Schwert ok bekommen wir den Drachen wie heisst der Baum Drachenfeuer irgendwie sei das wahrscheinlich nicht die Chance ist das schon sehr gut aber hier haben wir sie aber eigentlich mal äh kräften können naja Regnation sehr gut physisch würde so wieder schön äh Kieskill kann ich eigentlich jetzt direkt machen weiß ja wo ich rein investieren muss hier bin ich nicht ganz sicher wahrscheinlich hier noch einen ähm da ist es hier oben Ausdauer da ist fertig ich wollte es noch ein bisschen Abkling zeigen aber es ist fertig hier ist fertig hier hier und hier auch noch den Schaden erhöhen wir hätten wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen schneller kriegen können geht das eigentlich auch mit diesem aha nein ich trank ah das ist einer der unsinnigsten Stats ich will nicht immer Tränke trinken ich bin kein Alkoholiker man droppt eigentlich wieder mal ein Bier liebes Spiel zeig mir nochmal ein Bier ja bitte ich kann sie meistens nicht einsammeln weil ich ja sowieso nie auf Heil trinken trinke drücke außer eben wenn man halt merkt dass die Kugel langsam runter geht dann schon und dann brauchen wir sie meistens nicht dann heile ich mich entweder oder sterbe also in diesem Spiel halt schon so dass man halt sehr schnell auch eine Lebensenergie verlieren kann dann halt ja heitrig sind in diesem Spiel gar nicht mal so die die Sache die man einfach bewusst macht man macht sie macht sie direkt einfach ohne nachzudenken wenn man sie einfach sieht kann man halt wirklich nicht so Sachen ja drauf haben auf den items gut da sind wir schon wieder am Ende ja die Gegner mag ich weniger jetzt würde ich ein bisschen mehr auf Distanz gehen drüberhüpfen lassen eigentlich kann man gut den ausweilen weil die Sprünge machen Schaden und sonst nichts bei diesem Gegner einfach durch sie durchlaufen wenn sie springen wir machen dann gar keinen Schaden oder halt einfach bei der Landung erst richtigen Schaden das ist die beste Waffe gegen sie wieder Urtans Standhaftigkeit aaaaaaah hehehe Ballisten gibt es ja auch noch Ballistenbogen so und hier bin ich jetzt gar nicht mehr sicher was ich scannen muss also kurz nachschlagen 5 2 3 1 3 1 1 und auch 5 und 3 2 ich hab 3 ich hab 3 nein ich hab 2 ja hier muss ich noch mehr Vergiftungschance das ist erstes Priorität hier ein Punkt ok dann hier noch ein Punkt dann sind wir noch fertig 2 haben wir noch ok bei diesem Skill haben wir glaube ich gar nicht so viele Plus Keys 3 auf Kälte und eine große Diener Fertigkeit ist das nicht eine Kälte Fähigkeit dann? also das nicht also da kann man welche so wenig schauen zählt wahrscheinlich so nicht muss ich hier schauen ähm ist auch keine Diener Fähigkeit auch wenn wir Diener beschwören das ist nicht Diener Beschwörigkeit also der wird erhöht und der nicht na werden wir dann sehen wenn wir das tragen das wird gut möchte ich irgendwann mal richtig schnell da noch ob wir es machen nö definitiv nicht aber ne Axt nein Widerstände nicht gehen wir oben durch ah ja ich will ja den Boss nochmal nächstes Echo machen aber die 2 Echos wollte ich ja noch mitnehmen das ist wichtig auch wenn es eben nicht so erfolgreich war so wunderbar ich bin auch ein bisschen glücklich dass ich heute ein bisschen ruhiger bin hier waren die Tage echt ein bisschen also man hat es wahrscheinlich wirklich nicht gehört oder gemerkt aber ich war einfach unruhig richtig meine Unruhe gespürt und ich bin ja meistens einer der richtig mein Gehirn kontrollieren kann dass ich einfach ja dann wenn ich manchmal unruhig bin einfach zu zu viel mich ein bisschen auf verschiedene Dinge konzentriere dass es einfach ein bisschen aufwändiger für mich ist aber ich nicht unruhiger werde und danach ein bisschen unkonzentriert werde aber nur zwischendurch also das geht dann sofort wieder weg wenn ich merke ja ich bin unkonzentriert aber das Schwierigste ist einfach nebenbei neben dem Zocken wo man noch viel Ablenkung hat dann auch noch zu reden dann so oder also dann bin ich danach wohler wenn ich auch manchmal nicht so viel aufnehme und Livestreams mache oder werden dann Livestreams vor allem weil die ja lange gehen auch ein bisschen ja mich doch aufs Reden konzentrieren und aufs Spielen nur das sind nur zwei Sachen also Multitaskenfähigkeit und so das kann schon extrem anstrengend sein für die Leute weil ich weiß es ja ich ja so bin ich weiß von mir selber dass ich so bin ich bin Multitaskenfähig sonst würde ich nicht fünf Sachen gleichzeitig denken hä naja also vielleicht lernt man es im Leben aber ich dachte ich hätte es schon immer so gehabt sie wirklich mir sehr gut auch zum Beispiel Menschenmengen es ist klar es kann vielen Menschenmengen passieren dass da einfach mein Kopf so richtig auf alles schaut auf jeden Menschen die Augen zwar nicht so aber er fühlt irgendwie die Menschen auch also dass man einfach so viele Sachen macht und Menschenmengen dass ich fast ein bisschen nervös werde also wenn ich jetzt Fans vorne alle sehe dann ist es nicht schlimm auch wenn ich zum Beispiel überall ringsum Menschen habe dann ja schon weil ich bin ja viel in einem Fußballstadion da habe ich viele Fans ähm ringsum und die die hinter mir sind die machen mir Unruhe ich weiß es nicht die schauen hier auch nur drüber oder klatschen oder sonst irgendwas das ist meistens weil man halt sich auch ein bisschen auch noch ans ans Ding an die Sicherheit konzentriert auch noch oder? ich weiß nicht wie es beim normalen ja eigentlich ist kein Mensch normal oder? ähm was ich meine oder jeder hat irgendwie eine Begabung oder eine wie sagt man denen überhaupt wie man ist oder ob man sensibel ist oder so Eindrücke ja jeder hat irgendwie bestimmte Eindrücke ich glaube jeder sieht auch ein bisschen etwas anders oder ja denkt auch etwas anders oder wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwas also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gasse ist und nichts davor jetzt gerade gehabt hat einfach aufwacht oder so und dann passieren bestimmte Sachen ein Auto kommt ein Fahrrad kommt zwei Menschen kommen oder so dann würde jeder anders irgendwie reagieren drauf das ist so der Mensch ist einfach so ein komplexes Wesen mit so vielen Eigenschaften und alles dass das das ist besonders halt bei manchen Menschen die es auch wirklich ähm sich auch anders fühlen oder wie zum Beispiel ich dann einfach ähm ja sehr ja ach wie soll ich das formulieren das ist dann einfach man merkt was anders ist oder man merkt es einfach und ich habe so viele Sachen die bei mir irgendwie anders ist aber ich kann nicht davon profitieren weil vor allem auch ja was bringt es zum Beispiel viel besser hören zu können es ist ein Frust oder ich höre so gut diesen Verkehr vor meinem Fenster draußen habe ich manchmal so laute Töne ich bin am liebsten vor dem PC stelle mein Herz jetzt so laut ein dass ich nicht gestört werde dass es für mich genug ruhig ist ich habe wirklich sehr viel ruhiger als Ihrem Video ich höre fast nichts also ich höre schon eben aber sehr leise damit es einfach mir besser geht dass ich mich besser konzentrieren kann und alles dass der Sound nicht so stört und dann schaue ich meistens meine Videos natürlich auch wieder gerne weil ich dann auch die anderen ja also das Geräusch von den Knochen klappern das höre ich gut aber seinen Werbersound den kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht damit sie einfach für mich umgenehm ist und das habe ich in ein paar Videos nicht gehabt also ich habe es einfach mal erhöht und geschaut wie gut kann ich mich konzentrieren und vor ein paar Parts habe ich mich echt nicht mehr konzentrieren weil die die Bilds waren auch ein bisschen schwer da das war ja zum Beispiel vor ein paar Tagen sagen wir sagen wir zwar vor fünf, sechs Tagen øhm oder ja, ein bisschen weniger ich weiß ja vor allem ähm, was war also, das mit den Waffen ist schon ein bisschen länger her mit den Waffen, das war vor allem schlimm und welcher Bild war noch schlimm, ich weiß jetzt gar nicht mehr was wir was für Pilz hatten ich bin jetzt gerade echt so auf die neuen Pilz fokussiert, oder? ah ja, der Mirror Magier, der war schlimm also, das ist schon ein bisschen länger her scheinbar und ja, der Demon äh, der Blade Dancer nein, äh, Scharfschütze, genau der andere der war dann wieder mega easy, das hat mich so mega gefreut, dass ich auch den Void Team weiter spielen wollte und der Void Team gestern im Livestream, der war wieder ein bisschen anspruchsvoll da muss ich wieder mehr Knöpfe immer ständig drücken Dienertreffer modifiziert, nehme ich einfach mit so also es ist halt immer so ein bisschen ja, bei mir halt schon wichtig, ich mache den richtigen Bild momentan naja, es ist ja schon lange her, wo ich das ganze Spiel gezeigt habe und ich möchte das im nächsten Patch ja auch wieder bringen, dass ich ein Bild wirklich lange spiele, bis er nicht mehr geht weil wir einfach motivierter sind als jetzt, wo schon so lange kein Update mehr kam die Beats wirklich spärlich kommen und ja, ich sonst eigentlich nur lange würde, wenn ich nicht immer wieder einen anderen Charakterbeet zeigen würde, das ist jetzt momentan einfach so ein bisschen eher natürlich ein Show, ein Zeigen von Bilds, als jetzt wirklich mega weit kommen, außer vielleicht mit diesem Bild jetzt wieder endlich, weil die Beats einfach zu schwach waren man muss zu lange farmen, damit man wieder besser ist und das ist dann die Langeweile in solchen Spielen, oder? wenn man einfach nicht weiterkommt wenn man ständig farmen muss, ständig es geht zu lange das ist das Hauptproblem dann kann man auch gehen noch mal ein bisschen herumzons diese schlanken Ranken die hauen alle um das ist hier drauf ok nicht, dass hier irgendwie etwas drauf ist was ich sehr brauche so und dann schon wieder Goldstein so langsam habe ich dann die Lage kann ich auch wieder eins aufmachen sehr gut zum einfach sortieren und ja, es wird auch wieder mehr Livestreams gehen damit wir natürlich im Endgame da auch sehr vorwärts kommen und am 21. Februar ja sowieso so ab dem ist dann sowieso wieder viel mehr los ja, das Spiel kann ich wirklich schon lange spielen das ist gut so so, jetzt kommt ja diese recht schlechte Mission weil es viel zu viele Gegner sind aber auch spannende Dinge also es ist motivierend so so, ich mache einen längeren Part aber der muss auch heute noch geöffentlicht werden ja, ich habe jetzt wirklich wieder Sport gemacht und mich so ausgepowert bis ich fast nicht mehr konnte es ist einfach manchmal auch nötig bei mir ähm ja, ich bin ja immer wieder ein bisschen geschwächt ähm mein Körper braucht zu viel Sport das ist das so, ja ja, zeitlich einfach ein bisschen ähm ja möchte natürlich schon mehr Zeit haben dann auch zum halt begnügen mit Spass und ich muss ja auch vor dem PC auch manchmal sein um die Videos zu verarbeiten also umzubenennen und so und Sachen reinzukopieren zum Beispiel die Links danach das Video freispiele und so das macht dann immer wieder Arbeit weil ich dann nicht so gut machen kann wenn ich viel Sport machen muss ja deshalb bin ich eigentlich den ganzen Tag immer nur am Arbeiten entweder Livestreamen Let's Playen ähm Praktik vorbereiten also vorspielen sozusagen äh kochen putzen Sport machen sehr wenig schlafen und trotzdem es geht mir gut also ich bin gar nicht so mega überanstrengt mein Körper braucht einfach viel mehr wir mussten den ganzen Tag irgendwas machen es gibt viele Menschen wie ich das sehe die sind schon überlastet wenn sie nur 10 Minuten irgendwas machen müssen am Tag nur 10 Minuten und ich mache in 20 Stunden oder so diese 10 Minuten alle 10 Minuten hihihi diesen ganzen Tag mehrere 10 Minuten immer bin ich schon ein bisschen glücklich dass ich ein besseres Leben habe also ein bisschen mehr vom Leben habe oder was andere am faul sind oder irgendwie ja ist ja auch eine Sache also ich kenne es sicher den aus den Narzissmus ist wirklich etwas was mich immer wieder begleitet äh bei Menschen und die sind natürlich dann ungefähr das genau Gegenteil von mich ich bin immer einer der anderen viel mehr gibt als für mich selber und Narzissmus ist einfach wenn man nur für sich schaut nur mich also sich selber gibt und dann ja darunter auch leidet dass man andere runter macht oder auch alles auf andere wegschiebt oder die ganze Arbeit auf andere schiebt und ich habe irgendwie das Gefühl ja ich könnte jetzt ja zum Beispiel in Minecraft Server gerade aufmachen leiten nur für andere und ich würde gar nicht spielen könnte gar nicht spielen dann wenn ich irgendwie noch arbeiten müsste oder so im Hintergrund würde ich sogar machen weil für mich sind andere auch wichtig oder sogar noch wichtiger und das ist einfach so die Sache wo man halt dann einfach mehr arbeiten muss aber dafür glücklicher ist man hat nicht mehr so den Anspruch auf sich selber man kann den Anspruch anderen geben und ist dann einfach glücklicher aber die Leute die Narzissi sind das fast schon eine Krankheit ist oder eine Einstellung oder so sieht man immer wie schlecht es denen geht die haben da Schmerzen und so und so das tut mich betrüben das tut mir Sorgen bereiten und so und so dann auch meistens auch in den Spänen diese Leute zu haben in einer Gäde oder so ja habe ich schon viel mal gesehen ich bin jetzt auch ein bisschen froh dass ich jetzt gerade nicht ein Spiel spiele wo ich eine Gäde haben muss oder in einer Gäde sein muss aber ich habe so das Gefühl bei Gate Rollerplay wird es vielleicht manchmal dann so der Fall sein kann man nicht immer nur Taxi fahren oder so muss auch mal in einer Gang gehen oder so zur Polizei kann es schon noch Leute geben die so entweder spielen oder auch selber sind das ist wieder so ein bisschen ja Unkurrenz geht haha weil ich eben anders bin als Narzissten habe ich eigentlich immer so der Salat ich logge sie irgendwie an also bei mir regnet sie das noch mehr aus also ich sage nur ich bin ja ein Champions of Regnum ähm Let's Player Möde gewesen mit Livestream es ladet manchmal nicht ah ich muss selber ich muss selber raus und ah ich habe abgedrückt und das Portal ging nicht auf das und ähm dort war ich mal in einem Clan was gar nicht mehr wieder hieß Bracers und dort waren ein paar Leute narzisstisch und die haben mich sozusagen dann auch nochmals also davor ähm waren sie zu mir eigentlich sehr nett aber ich merkte denen Leuten geht es nicht gut sie müssen immer sich im Vordergrund stehen und so und dann habe ich mit ihnen gewesselt weil es da irgendwie auch Probleme gab und war dann einfach in der falschen Gede ich war mit denen zusammen in der neuen falschen Gede mit denen zusammen und nicht mit den anderen dann bin ich dort reingegangen und habe mich richtig gefreut habe mir sehr gut wirklich denen geholfen und da haben sie plötzlich gesagt ich würde alles schlecht machen ich würde alles falsch machen und so und ich habe es nicht verstanden weil es bei mir ja gar nicht passiert ist es ist nur bei denen im Kopf passiert und dann haben sie mich irgendwie rausgeworfen und haben Lügen verzählt und alles mögliche und dann bin ich dann zu anderen Gede also zu den anderen gekommen und die waren die haben das so genossen ich weiss es nicht ich habe ja nichts verändert ich habe mich nicht anders verheilen ist ja klar dass ich nicht so starke Charakter habe und so wenn ich nicht viel spielen kann aber meine Güte wenn man einfach auf Leute geht die nicht so einen guten Charakter gehen haben dann ist man halt wirklich schon ein bisschen krank krankhaft schlecht für eine Community und so geeignet ist leider so aber ja das ist mir einfach speziell aufgefallen wenn ich sonst ziemlich gut positiv war es hat einfach nicht gerade so ein motivierendes Spiel klar auch wenn es nicht abstürzen würde würde ich das jetzt immer noch spielen weil es einfach es ist einfach ein Krieg oder schon ein bisschen Kriege nicht führen aber einfach an einem Krieg beteiligt sein was halt nicht gerade so extremst modern oder so ist gewalttätig weil es einfach eine gute Motivation Quelle ist obwohl ich nicht verstehe wieso andere Reiche immer gegen uns oder wir gegen sie sind weiss sonst ja lange aber das so Spiele kombiniert mit gutem Rollenspiel und ja auch Dinge wirklich noch nebenbei machen zu können das wäre ein optimales Spiel also Champions of Regnum und dieses andere Game was eigentlich ähnlich sein möchte aber nie rauskommt das MMORPG Ark nein nicht irgendwer ist ähnlich wie Ark ist so ziemlich das was ich mir am meisten motivieren würde wenn ich am längsten spielen würde und dann noch so wie in Minecraft bauen und dem Rollenspiel wie in GTA Rollerplay wäre super aber das ist natürlich eine riesen Arbeit wenn man ein gutes Entwicklungsstudio macht also ich muss den Part beenden 38 machen wir noch fertig natürlich das ist ja ja ähm hat mich wieder gefreut also ich dachte wirklich ich hätte mehr Zeit aber es ist halt wirklich ein bisschen schwieriger der Zeit gewesen und eben es tut mich auch anspornen wenn ich mal mehr machen muss oder noch ein bisschen ähm jo wie ich das einfach für euch machen kann aber ihr müsst auch wirklich sagen wenn es euch manchmal auch gar nicht so interessiert oder wenn euch ähm das Thema einfach falsch ist vom Video oder so dann dürft ihr das in die Kommentare rein einfach ein bisschen Kritik ein bisschen Feedback geben ich sehe halt meistens in vielen Größen von YouTube oder so einfach komische Kommentare schlechte Kommentare dass irgendwie der Algorithmus einfach hoch geht und so Sachen und das möchte ich eigentlich bei meinem Kanal eher wenig haben also ja ist schon gut wenn meine Videos natürlich besser werden also mehr Aufrufe haben aber eher ja gute Kommentare jetzt hat jetzt erst heute Morgen jemand noch ein Bild gefragt nach einem Livestream im März also in einer Aufzeichnung von einem Livestream im März und da habe ich extra für ihn dann natürlich den Bild rausgesucht weil ich ja dort die Beats gar nicht unten in der Videobeschreibung habe auf Englisch übrigens jetzt habe ich mal ein Englisch sprechender jo es motiviert mich mega wenn ihr das ein bisschen machen wollt oder könnt weil ich lebe mit der Community ich lebe mit den Menschen mit den Tieren mit den Pflanzen ich lebe mit ich lebe mit nicht lebewesen es ist natürlich umso mehr umso besser oder so ja ich habe schätzen gelernt was wichtig ist im Leben ich habe schätzen gelernt dass andere auch wichtig sind und ich hoffe dass das für euch auch so ein bisschen ein Antrieb ist noch außer es ist bei euch auch schon sehr gut ah schau dir mal den ersten Akt in Schnelldurchgang tschüss verschwinde doch lol er kann nie er er cheatet nur weil er noch diese Animation hat er stirbt gut also dann Dankeschön bis zu sehen und ja genau vielleicht in der nächsten Part noch so ein bisschen über Server oder sowas ich noch plane in Last Epoch kann man noch keine Server machen aber ich finde es gut dass jetzt der Offline Modus wirklich offline wird das finde ich sehr gut ja könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen einfach mal ein bisschen masochistisch sein ohne Serverlex oder wenn gerade der Server nicht lädt oder so es gibt ja manchmal sehr lange Ladezeiten um diese Zeit wo ich jetzt aufnehme wie nehme ich eigentlich auf um 22,23 oder so ja dann einfach kurz Singleplayer vielleicht zum Let's Playen und so ja und wo wenn ich fragen darf das geht aha da hat jemand falsch geschrieben haha nein er hat falsch geschrieben ah er meint diesen hm kann das jetzt nicht auswändig sagen einfach von diesem Boss in diesem Echo wo ich jetzt bin gut we left oder so ja tschüss zusammen bis zum nächsten Park oder Video live stream irgendwo seht ihr mich sicher tschüss x bis zum nächsten b bis zum nächsten